Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Hallo Leute, was geht ab? Willkommen hier beim Invaer Master. Ja, ihr seht's richtig, ich mach Tutorial-Videos oder, äh, äh, ja, wie auch immer wir das Ganze hier nennen wollen, für Anno 1800. Ja, erwartet nicht zu viel. Grüße an, Ratner und Co. gehen natürlich raus, die können das alle viel besser und dann macht es auch Sinn, sich die Videos anzugucken, aber, wenn man nicht anfängt, ne, dann weiß man nicht, wie es endet. Ich würde heute anfangen mit einem kleinen Grafikguide, beziehungsweise wie meine Einstellungen sind. Weil ich glaube, bis heute gibt es immer noch ein paar Leute da draußen, die immer sagen, Mensch Marcel, wieso läuft denn bei dir Anno so gut und bei anderen eher weniger? Klar ist natürlich ein CPU wichtig, ein Arbeitsspeicher, ein RAM. Äh, ne, Arbeitsspeicher und RAM, ihr wisst Bescheid. Die Grafikkarte ist selbstverständlich. Aber es gibt dennoch so ein, zwei kleine Tricks, die dafür wichtig sind, dass Anno halt eben vernünftig läuft. Und wenn ihr in den Optionen seid, dann habe ich die beste Erfahrung gemacht tatsächlich. Klar, Auflösung, ne, müsst ihr selber wissen. Aber wenn du WQHD hast, dann sollte man WQHD nutzen. Das ist meine Grafikkarte. Und ich habe tatsächlich die beste Erfahrung gemacht mit Divex11. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich meine, andere Spiele funktionieren mit 12 super. Hier läuft 11 bei mir tatsächlich besser. Ähm, Vollbildfenstermodus bzw. Vollbild macht bei mir keinen Unterschied. Ähm, ist halt immer ganz gut, wenn man raustappen will, ne. Gerade wenn du ein PC hast, zwei Monitore, ist das natürlich immer ganz schön. Benutzerdefiniert ist halt eben, äh, weil wir hier einzeln rumgestellt haben. Faustlink habe ich aus. Wenn ich das einmache, dann ruckelt das tatsächlich. Und das sind so meine, ähm, Einstellungen tatsächlich. Und womit ihr, siehst du, guck mal, da haben wir schon gleich einen Fehler im System. Zack. Womit ihr immer ein bisschen mehr FPS bekommt, bzw. das Spiel einfach besser läuft, ist, wenn ihr die Sonnenposition fest einschaltet. Ich meine, Hand aufs Herz. Ähm, ich glaube, den meisten fällt das noch gar nicht auf, dass die Sonne sich dreht. Und es bringt wirklich einen Unterschied. Der Wuselfaktor ist quasi, wenn ihr, egal ob ihr in der Ego-Perspektive seid oder ein Bierfest ist und die Leute rennen da alle rum. Ähm, denn, ich wollte sagen, steht da ja schon, äh, mit bei. Legt die Anzahl der Menschen fest, die auf den Straßen angezeigt werden. Ich meine, es sieht natürlich schön aus, wenn wir alles volle Pulle ballern. Aber, ja, ich meine, äh, du guckst dir das wahrscheinlich einmal an, wie so ein Bierfest aussieht, ne, guckst dir die Leute an. Aber, ähm, wie wichtig ist, dass ein Bierfest ist und nicht, wie viele Leute da rumrennen. Dementsprechend, sag ich mal, wenn ihr die beiden Sachen hier unten beachtet, sag ich mal, dann, äh, ja, ist das Spiel gefühlt doch noch ein anderes. Wo ich persönlich immer noch, ähm, ein, ähm, Vorteil, der ich habe, ist bei diesem Post-Processing. Ne, das kannst du halt zwischen niedriger und hoch halt eben, äh, wechseln. Ähm, PC-mäßig ist zwar stark genug, aber die Anno-Engine kommt ja wahrscheinlich auch irgendwo an seine Grenzen. Und mit den Einstellungen, die ich jetzt hier so habe, komme ich wunderbar zurecht. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mithelfen, ähm, weil, ja, viele wahrscheinlich spielen auf 12. Nur weil das bei mir so ist, heißt es ja noch, äh, lange nicht, sag ich mal, dass es bei euch genauso funktioniert. Aber manchmal, diese kleinen Feinheiten, sag ich mal, da achtet man gar nicht drauf. Man dreht viel mehr an den Texturen oder sowas, weil man weiß, okay, das braucht halt eben, äh, Leistung. Aber diese beiden Punkte machen halt immer noch gut was aus. Ähm, lieben Gruß, äh, geht auch an Lady, äh, für die Nvidia-Leute, die, ähm, ähm, ja, eine Nvidia-Grafikkarte haben. 456.71 war der Grafikkartentreiber, mit dem ich, ähm, am längsten gezockt habe und nie Schwierigkeiten hatte. Ich hatte das schon mal, dass das Spiel mir abstürzt oder dass das Spiel wirklich ruckelt. Das hatte ich mit der Version quasi nicht. Könnt ihr einfach bei Google eintippen, fertig ist die Geschichte. Was ich auch noch sagen kann, ich weiß nicht, dieses Video wird wahrscheinlich am Samstag kommen, nehme ich an. Ähm, ich werde Samstag, Sonntag, Montag, es könnte durchaus sein, jeweils zwölf Stunden streamen oder vielleicht auch länger. Ich möchte nämlich, ähm, ja, das Cup besiedeln. Ich möchte erst das Lager voll machen. Das werden wir wahrscheinlich am Samstag machen, inklusive die kleinen Insel besiedeln. Und Sonntag dann halt voll ins Cup reingehen und Montag dann halt eben gucken, wo, äh, drückt der Schuh. Das so nebenbei. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Bock habt, nicht nur auf, ja, YouTube-Videos von Anno, sondern auch, ja, Let's Plays würde ich jetzt nicht sagen, aber, äh, tägliche Streams, ne, Twitch.tv und dann Slash InWebmaster, so wie dieser YouTube-Kanal, dann wisst ihr, wo ihr mich findet und, äh, die Interaktion mit euch ist immer was Feines. In dem Sinne, haut rein, wir sehen uns, euer InWebmaster. Ich möchte auch, nein, ich to за